Der Acromaster ist ein Motorkunstflugmodell in der Auslegung moderner Wettbewerbsmaschinen. Das Modell ist für den fortgeschrittenen Modellflieger konzipiert. Der Acromaster kann jede Kunstflugfigur, selbstverständlich auch 3D. Er ist sogar als Trainer für Wettbewerbsflieger einzusetzen. Für den Clubflieger ist es die Möglichkeit, mit überschaubarem Aufwand zum Kunst- und Schauflugpiloten aufzusteigen. Untertitelung des ZDF, 2020